Ich wollte gestern mich Level 25 bringen und habe eine Solo-Welt gemacht. Meine Freundin ist um elf schlafen gegangen. Um vier wacht sie auf, weil sie aufs Klo muss. Man konnte es nicht fassen, dass ich immer noch am PC sitze. Ich habe keine Serie geschaut. Ich habe mit niemandem geredet. Ich habe einfach nur Holz gefällt. Das war gar nicht so, dass sie enttäuscht oder sauer war. Die hat jetzt einfach nicht verstanden, dass ich hier um vier Uhr nachts alleine sitze und Hölzer fälle.